Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war ArchieGaming, Flo wieder am Start, heute gibt es neuen SPC Content, es ist Mittwoch, das heißt wir haben neuen Silverstar, wir haben vor allem die Bundesliga TOTS Upgrade Packs, da gehen wir heute genauso wie gestern in die Saudi TOTS Pack in mehrere Packs natürlich rein. Wir haben als Spieler SPC die Rafael Guerreiro SPC heute von EA, wie immer die TOTS Anmelder Upgrade SPC, die jetzt noch zwei Tage läuft und out of nowhere, ich weiß nicht warum sie rausgekommen ist, meiner Meinung nach ein EA Fail, die 81 plus Team of the Week Upgrade SPC, tradable, falls ihr euch daran erinnern könnt, wir haben schon länger draußen, auch jetzt im Klamm noch für 29 Tage und endlich wiederholen wir die 81 plus Team of the Week Upgrade SPC eh schon draußen, aber halt mit dem untradable Team of the Week. Die ist jetzt hier am Start für zwei Wochen, beziehungsweise da wird sie refreshed in zwei Wochen, die 81 plus Team of the Week, tradable Upgrade SPC. Sonst 1 zu 1 ist identisch, ein bisschen teurer, da gehen wir auch rein natürlich und gucken uns an, was wir abgeben müssen. Ja, bevor wir mal reinstellen, das Ganze will mal die kurze Erinnerung an euch, ihr könnt kurz Liebe da lassen, falls ihr es feiert, dass ich Tech für euch am Start bin, lasst gern Support da, das geht ganz schnell mit dem Down nach oben, das wäre extrem nice, Dankeschön an diese Stelle dafür, 500 Likes gehört als Likes hier raus, Dankeschön dafür und falls ihr neu sein solltet, gerne die Glocke aktivieren und wie immer, eure Packpuls, euer Packlag in der Todszeit, gerne reinschreiben in die Kommentare. In dem Sinne, legen wir direkt los und wie jeden Tag erstmal in aller Ruhe mit dem täglichen Tods Anmelde Upgrade. Ja Freunde, damit starten wir rein, auch da die Erinnerungen an euch, bitte reingehen. Ein Brauchsspieler für ein 81 plus Pack, eben hat einer in den Twitch Chat, ich bin gerade live bei Twitch, wie jeden Tag Freunde, falls ihr da mal live dabei sein wollt, kommt gern rum, alle Links unten in der Beschreibung, auch zu Social Media und Co. Da hat eben einer reingeschrieben, er hat aus diesem Pack zwei Tods gezogen, aus dem 81 plus Doppelpack, also da kann wirklich auch was Gutes drin sein, bitte, bitte, vergesst es nicht. Ja, werden wir gleich auf jeden Fall auch öffnen und dann zeige ich euch am besten direkt schon mal, was müssen wir eigentlich abgeben für die Bundesliga Tods Upgrade SPC. Denn da wird es auch sehr interessant, zum einen erstmal zwei Segmente, zum anderen sieht es aber drei Tage da, ihr müsst sie also jetzt nicht direkt machen, ihr könnt sie auch craften. Und da können wir eben Team of the Season, wie auch Team of the Season Moments logischerweise drin ziehen und zwei Segmente, die wir lauten. 83er mit zwei 85er Gradien und einen 86er Gradien Squad mit einem Team of the Season, Schrägstrich Team of the Season Moments. Ja, das ist also das, was wir abgeben müssen, was mich eigentlich am meisten bei dieser SPC stört, warum wir zwei 85er mit einem 83er Gradien Squad haben müssen. Wenn das einfach nur ein 83er Gradien Squad gewesen wäre, fände ich es legitimer, 86er und einen 83er und Top, um es noch ein bisschen teurer zu machen, alles schön gut. Und warum da die zwei 85er mit dabei sind, meiner Meinung nach, ihr könnt gerne eine andere haben, lasst mich gerne eure Meinung dazu wissen, hätten die weg sein können. Ja, 100k müssen wir ungefähr dafür hinbrettern, hinlegen und insofern geben wir jetzt folgendes ab. Zum einen als Team of the Season Spieler, Unshradable, einmal die Lücke und sonst nicht mehr. 84er sind viele mit dabei, zwei 85er und zwei 86er, das ist punktgenau ein 86er Gradierer Squad und den geben wir jetzt auf jeden Fall erstmal ab. Dafür bekommen wir ein Premium-Elektrom-Spieler-Pack, das werden wir auch gleich natürlich öffnen, ja, ganz, 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 ganz klar. Und diese Packs werden wir jetzt öffnen, weil wir die zwei 85er auf jeden Fall noch brauchen und ich den zweiten Squad noch ready mache. Und deshalb können wir jetzt direkt reingehen, erstmal in das Premium-Elektrom-Spieler-Pack aus der Bundesliga-Todds-Upgrade-SPC-Saison. Und jetzt gibt mir hier das Futter, was wir brauchen. Wir starten mit einem Taremi. Okay, nehmen wir mit, nehmen wir mit, zack, 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 für liegen-SPC-Grind, definitiv gut. Und dann gehen wir mal gerade direkt rein in das Doppel-81-Plus-Pack, komm, kann das mal gönnen? Ah, sieht nicht gut aus, Spanien, Spanien gleich Payne, Torwart 82er High-Rated, 83er, unheimlich, Simon ist es sogar. Ja, sonst kaufe ich gleich die zwei 85er, ist auch kein Problem. Genau, also das auf jeden Fall kurz erstmal dazu. Dann, wie gesagt, der 83er-Greater-Squad, den machen wir gleich. Dann gehen wir rein schon mal ins erste Bundesliga-Todds-Upgrade-Pack. Vorher möchte ich aber kurz auf die Team-of-the-Week-Upgrade und auf Guerrero die beiden SBCs eingehen. Also, wie schon eben erwähnt, wir haben einmal jetzt eine tauschbare Team-of-the-Week-Upgrade-SBC von EA bekommen. Wieso, weshalb, warum, kann ich euch leider nicht sagen. Fragt EA, die wissen es wahrscheinlich selber nicht. Genau, und die ist jetzt identisch auch 29 Tage da. Ganz ehrlich, mich juckt es nicht. Also, ich brauche keinen tradable Team-of-the-Week. Abgeben müssen wir dafür einen 82er-Greater-Squad mit einem 84er. Und im Vergleich, die untradable Team-of-the-Week-Upgrade-SBC, nochmal zur Erinnerung, ein 81er-Greater-Squad. Also, das ist für mich eine SBC, die hätte man sich sparen können. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich sehe da jetzt, also weiß ich nicht, das ist für mich eine SBC, die hätten sich sparen können. Aber gut, das natürlich für euch, um das zu kompletieren als Information, die ist auf jeden Fall auch neu am Start. Genau. Ja, Rafael Guerrero, endlich ist er da. Jetzt auch als Tots-SBC da, was ich gut finde, er ist eine Woche da. Das heißt, auch da haben wir wieder ganz entspannt Zeit, das Ganze zu craften. Bis nächste Woche, Mittwoch ist er also am Start. Das heißt, wieder Division Rival Rewards, wir können die Foot Champs Rewards ganz entspannt mitnehmen und dementsprechend einiges dann an Futter eben hier auch wieder reinpacken. Zwei Segmente sind es, zum einen 85er, zum anderen ein 87er mit einem Team-of-the-Week-Team-of-the-Season. Wie ich finde, vom Preis her sehr gut gepriced. Wir haben noch zwei Packs, die wir da zurückbekommen und zum anderen haben wir eben auch eine Top-Karte, wie ich finde. Vier Sterne, Vier Sterne, Hochmittel-Arbeitsraten. Wir haben einen, der Linksverteidiger, linker Außenverteidiger, LM, also alles auf der linken Seite als Schienenspieler ziehen kann. Aber eben auch seine ZM-Karte am Start hat. ZM auch als alternative Position und dann natürlich über die Links brauchen wir gar nicht reden. Dortmund, Bundesliga, Portugal, auch da ist die Kombination gut da. Und wir kennen ja schon ein paar Top-Guerrero-Karten. Da gucken wir uns gleich den Boost bei Footbin aufentspannt an. Aber was wir hier natürlich schon mal sehen, ist massiv gute Dribbling-Stats. Vor allen Dingen auch passen, 94 passen, 95 Dribbling. Allein die Kombination ist schon echt nice. Verteidigen ist auch gut da, bis auf Kopfballpräzision. Ausdauer bei 93, das heißt, der läuft euch auch im ZM alles ab. Und Tempo und Schuss ist auch sehr, sehr gut für die Schienenspieler-Geschichte. Also da muss man wirklich sagen, anfällig für Verletzungen, Flair, Außenriss, Schuss bringt er auch noch mit. Finde ich sehr, sehr gut, die Karte. Und jetzt bin ich gleich mal gespannt auf den Boost jeweils von der anderen Karte, die es ja schon gibt von ihm. Da bin ich mal gleich gespannt. Gucken wir uns bei Footbin genauer an. Genau, das aber auf jeden Fall schon mal zu den Anführungsstrichen drei neuen SBCs. Jetzt gehen wir einen Step weiter als nächstes, haben das schon mal abgehakt, zu den Zielen. Und bei den Zielen haben wir es, wie wir gewohnt sind, am Mittwoch natürlich den Silver Start raus. Und da haben wir Al-Harbi wieder thematisch natürlich an dem Sonntag rausgekommenen Saudi-League-Tots. Passend dazu jetzt eben hier ein Linksverteidiger, Al-Harbi, mit ordentlich Pace, 99 Sprint-Depo sogar am Start. Und ich finde Silberkarte echt extrem nice, das ist ja quasi das Motto von den Silver Stars, wirklich geile Karten da am Start zu haben. Und dann haben wir hier wieder kleine feine Packs und 2500 Erfahrungspunkte in Bezug auf Season Swaps. Eine Woche da, könnt ihr machen, das ist auf jeden Fall auch neu. Dann gehen wir jetzt rein in den Shop, gucken wir mal gerade rein, ob auch was Neues in den Promo-Packs am Start ist. Wie sieht es da aus? Ne, wollen wir alles nicht öffnen. Preview-Pack, vielleicht haben wir da ja unser SBC-Futter. Schauen wir da mal eben rein. Und, wie sieht es da aus? Frankreich, Stürmer. Ja, Grießmann 83er, ich glaube, damit können wir nicht großartig was anfangen. Ein Player-Pick ist noch mit am Start. Ja, Preisvergleich eher vielleicht. Könnte was werden, hä? Könnte theoretisch was werden. Kümmer ich mich aber später drum. Sieht aber gar nicht auf den ersten Blick so schlecht aus. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, gehen wir rein in das erste Bundesliga-Tots-Pack, würde ich sagen, zu dieser Sache. Und dann gehen wir gleich zu Guerreiro. Ich mache eben hier den Squad-Ready und dann sind wir uns beim ersten Pack wieder. So, Freunde, da haben wir den 83er-Gradian-Squad und mit Gold-Pack, ja, Ehre, bekommen wir dann auch noch zurück. Dankeschön dafür, ey. Okay, Bundesliga-Tots-Upgrade, damit schon mal ready. Und das erste hier auf der Road to Glory. So, und da hoffen wir natürlich jetzt auf einen großen Fisch. Erstmal das Gold-Pack, dann das erste garantierte Bundesliga-Tots-Pack. Für die Erinnerung nochmal, ich habe ja eine untradable Road to Glory. Also, dementsprechend hier auch nochmal doppelt wichtig, am besten den großen Fisch daraus zu ziehen. Übrigens meine Foot Champs Rewards, die findet ihr auf dem Clips-Channel, die sind auch heute Mittag auf dem Clips-Kanal online gekommen. Auch da die Erinnerung, Link dazu in der Beschreibung. Ich werde euch das nachher aber in die Endcard am besten nochmal reinpacken. So, jetzt sagen wir nicht, das haben wir auf der Web-App, das Bundesliga-Pack, dass wir noch in die Web-App springen müssen. Och, macht doch nicht den Movie, ey. Ist das euer Ernst? Nee. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Habe ich es übersehen? Szenen seltener. 2,84. Das ist doch böse. In der Web-App. Müssen wir auch noch gleich in die Web-App springen, Freunde. Naja, ich nehme euch erstmal mit zum Footpill, würde ich sagen, dann. Das ist natürlich ärgerlich. Also, gehen wir rein in das Ganze und schauen wir nochmal rein. Ein Guerrero. Das ist interessant, dass wir da mal anschauen, wie sieht es denn da eigentlich aus. Upgrade-mäßig von der 89, der P.O.T.M. Nochmal plus 5 auf Pace. 8 Sprintgeschwindigkeit und ein Antritt. 2 Schuss, 2 Passen, 2 Dribbling, 3 Def und die 8 Füße zusammen starten. 10 Jumping. Aha. Interesting. Also, der Boost gefällt mir schon mal. Vergessen dürfen wir auch nicht von 4,3 auf 4,4 geboostet. Und was ich halt nice finde, wie gesagt, er ist Schienenspieler, kann aber auch zentral spielen. Und wie gesagt, wie er dann in-game das Ganze nochmal switcht und ändert, obwohl er ihn dann spielen lässt, ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Aber der Boost gefällt mir schon mal. Wir sind ungefähr 150.000 Münzen. Und wie eben schon erwähnt, den kannst du gut craften, den kannst du grinden. Und dementsprechend auf jeden Fall keine schlechte SPC. Reus, die auch schon, haben viele schon gemacht. Da ist direkt der Dortmund-Liga am Start. Also dementsprechend auch nochmal hier eine Top-SPC. Wie gesagt, 1-Achs-Plus-Team-Auf-Driga-Upgrade für mich unnötig. Und dann haben wir roundabout 100k, die Bundesliga-Totz-Upgrade-SPC. Da gehen wir jetzt rein, Freunde, in die Packs. Und genau, für euch nochmal vielleicht zum Überblick. Wollen auch viele mal sehen. Nochmal, wen können wir ziehen? Kolomorani, Füllkrug, dann haben wir Musiana natürlich, Nkunku, Bellingham als große Fische. 300k an Kimmich, 450k. Ein Diaby, 160k an Frimpong, die Licht bei 1,5. Dann haben wir Schlotterbeck, 20k. 25k, Kobel, dann haben wir Goretzka und Mané als Moments. Brandt-Davis, Laquanova als Moments und dann Sané und Hofmann. Also, das die Tots. Und in dem Sinne, gehen wir jetzt rein. Rein in die Packs und Abfahrt. So, Freunde, jetzt aber Bundesliga-Totz-Spieler-Pack auf der Road to Glory. Wir sind in der Web-App und da ist es endlich am Start. Hier wirklich zwei seltene Spieler-Packs und dann hier am Start. Warum ist das nicht einfach hier drüber, über den 85x5er und dann wäre doch top gewesen. Naja. Freunde, wir machen es auf in 3, in 2, in 1 und let's go. Abfahrt, gib uns EA. Nein. Das kannst du doch nicht ernsthaft machen. Wir geben Füllkrug ab und kriegen Füllkrug zurück. Ich hatte es im Gefühl, ich hatte es im Gefühl, Freunde. Füllkrug war der erste Tots, den wir gezogen haben. Direkt, glaube ich, schon am Freitag, wenn mich nicht alles täuscht. Im Video, im längeren Freitag-Video. Und Füllkrug kriegen wir jetzt zurück. Es war so klar. Es war so klar. 23.000 Münzen. Naja, aber man darf nicht vergessen, auch hier nochmal zur Erinnerung. Die Chance ist da. Auf dem Musiala, auf dem Bellingham, auf den Nkunku. Dementsprechend, die hätten uns die nicht für 50k gegeben, DSPC. Das wäre halt Traumdenken gewesen, Freunde. Insofern, die musste was teurer sein. Und jetzt gucken wir einfach, wie wir noch so ziehen können. Aus dem Bundesliga-Totspack. Er kommt wieder rein in den Verein. Schade. Schlechter Trade. Aber ein Versuch war es wert. Und dann mit rein in die nächsten Packs. Let's go. So. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Nächstes Bundesliga-Totspack. Und wen können wir ziehen? Es wird ein Normal-Team of the Season. Kein Tots-Morals. Es wird wieder Deutschland. LM. Und dann haben wir einen leckeren Sané. Also, was man auch ganz klar sagen. Sané, wirklich eine Top-Karte. Dass der nur bei 30k ist, fast schon eine Frechheit. Aber die ist wirklich sehr, sehr nice zu spielen. Da kann ich aus Erfahrung berichten. Dementsprechend. Und er hatte ich ihn auch nie noch nicht am Start. Es ist natürlich auch hier wieder einer der günstigen. Leider. Aber zumindest gleich Hofmann. Oder kein Kobel. Kein Schlotterbeck. Immerhin ein Offensivmann sozusagen. Mit dem man was anfangen kann. Naja. Aber Sané. Zweiter Pull. Gehen wir rein. Wer wird es als nächstes? Pack Nummer 3. Wir sind drin. Und das nächste Pack. Pack Nummer 3. Und wir sehen, welche Flagge wird es diesmal? Oh, Davis. Davis ist am Start. Und da sind wir bei 275.000 Münzen. So sieht es nämlich aus. Und da haben wir den Ersten. Der teurer als die SBC ist. Der teurer als die SBC ist. Und mit dem kann man wirklich Spaß haben. 99 Pace. Let's go. GG an dieser Stelle. So muss es sein. Und rein in Pack Nummer 4. Abfahrt. So. Und nach Davis geht es weiter mit Team of the Season. Welche Flagge? Deutschland? Stürmer. Füllkrug. Bei Deutschland hofft man dann aber auf mal Musiala oder sowas, ne? Es kann aber alles sein. Von Hofer bis Musiala. Es ist Füllkrug Nummer 2. Und das nächste Pack. Gönnt. Welche Flagge ist es diesmal? Wieder die Deutsche? Diesmal wieder Stürmer. Back to back Füllkrug. Warum auch nicht? Gerade schon leider rein. Lieber Sané als ein Füllkrug. Stimme ich dir zu. Ich finde Lücke auf jeden Fall aber auch. Trotzdem nice zu spielen. Trotzdem. Also Preis-Leistung stimmt hier komplett ein. Aber Sané, ja, wird man tatsächlich. Ist eher dann eine Stufe schon noch höher. Füllkrug am Start. Back to back. Nächstes Pack. Wir kommen. So Freunde. Und dann nochmal kurz vorweg. Haben wir noch den Loading Screen, den ich euch zeigen wollte. Da haben wir zum einen natürlich hier erstmal das Liga Team of the Season. Jetzt hier offiziell bestätigt, dass es logischerweise in zwei Tagen losgeht. Wussten wir ja schon was länger. Da haben wir einen mit LM Weakfoot 5-Star. Weakfoot. Dann Skimmhofen. Weakfoot 5-Sterne mit einem ZM-Position. Und einen Mittelstürmer mit 5-Sterne Skimmhofen. Aber, und das ist das Interessante an der Geschichte. Auf der rechten Seite steht der Daily Icon-ASBCs, die uns hier tatsächlich erwarten. Brasilien sehen wir das schon. Wer wird das wohl sein? Wir sehen eine Full Birthday-Icon. Wir sehen eine Totti-Icon. Also, da haben wir quasi als Gadget, als Edition sozusagen dann auch die Techno-Icon-ASBCs. Wie die genau aussehen und was das wird, das wird auf jeden Fall sehr, sehr wild wahrscheinlich werden. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und das darf natürlich nicht fehlen. Das wollte ich euch noch sagen. London Skimmhofen ist auch am Start und der sieht wirklich sehr, sehr nice aus. Wir gehen morgen noch weiter konkreter auf die Leaks ein. In Bezug auf La Liga Team of the Season könnt ihr euch auch einige Karten erwarten mit Benzema und so weiter und so fort. Ist klar, ist schon offensichtlich, wer da natürlich alles am Start ist mit Lewandowski und Co. Aber dazu dann morgen nochmal konkreter mehr. Jetzt weiter mit den Packs. Diesmal jetzt ein Bundesliga-Totts-Pack und noch ein Elfer. Oh, Frankreich. Stürmer. Kurz gedacht, Enkuku. Aber es wird Kolomuani. Es wird kein Mittelstürmer. Ach nein, hast du ihn als Duplikat? Nein. Wir wollten doch noch das Elfer machen, Freunde. Okay, er gibt Kurt in der SPC ab wahrscheinlich. Dann sehen wir uns beim Pack wieder. Weiter geht's. Weiter geht's. So, Freunde, bis das Elfer-Pack ready ist, gehen wir dann jetzt hier nochmal in den Bundesliga-Totts-Pack. Da schauen wir mal rein, was da jetzt drin ist. Was wunderschönes. Hoffentlich was Schönes. Guck mal rein. Was gibst du uns hier, ey? Top? Flop? Irgendwas dazwischen? Wir werden es jetzt herausfinden. Also. Welche Nation wird's? Das ist die erste Frage. England? Oh, Totts Moments. Hat man noch nicht. Und es ist ein Lacroix. Auch wieder neu am Start. Auch leider nur noch bei 48.000 Münze. Aber die Chance war da. Wenn das natürlich jetzt mal Neo-Augurizka gewesen wäre. Ach nein. Hast du auch am Start. Ach, geht. Ah, ja. Ist zumindest Trader. Let's go. Damit rein noch in das 81x11. So, Freunde. Dann schauen wir mal rein. Colomani ist jetzt abgegeben. 11,81 plus Bundesliga-Pack. Also jetzt hier zum Abschluss noch. Und mal schauen, was es wird. Ich bin gespannt. Lasst mich auf jeden Fall wissen, was ihr von den Bundesliga-Totts haltet. Oh ja. Das war doch nochmal nice. Ein leckerer Kimmich über 300k wert. Sehr, sehr nice. Das ist, glaube ich, ein schöner Abschluss. Und ja. Lasst mich gerne wissen. Eure Meinung zum Bundesliga-Totts-Pack. Oh. Und der Hofmann ist auch noch mit dabei. Und Kimmich hast du wieder schon am Start. Bitte sag mal, dass du die Tradable diesmal hast. Ne. Auch nicht. Wieder ein Untradable. Ja. So ist es halt. So ist es halt. Aber trotzdem GG. Da hast du wirklich high-rated SPC vor dir jetzt. Hofmann auch noch mit dabei, Freunde. Das soll es gewählend sein mit dem Video für heute. Falls ihr jetzt noch mehr sehen wollt von mir, dann gerne das Video von gestern noch abchecken mit den Saudi-Totts-Packs oder Weekend League-Rewards da unten, Freunde. Also, lasst auch da gerne Liebe da. Sonst sehr, sehr gerne morgen wieder am Start sein. Mich freut es auf jeden Fall, wenn ihr einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.